So, da sind wir auch schon wieder. Diesmal im Korb und mit mir dabei ist der TDD, den seht ihr auch bei mir im Kanal oben rechts bei der Kuschelgruppe, da könnt ihr auch mal gerne reingucken. Und die Fufu ist mit dabei. Hi. Hallo. Hi. So, jetzt kannst du erklären, was ein Raid ist. Wir wollen ein Raid machen. Weißt du, weißt du was das ist? Ein Stronghold. Ah, okay, hier ist es Stronghold. Eine Reihenfolge von Aufgaben, die wir erst erledigen müssen und dann müssen wir einen Endboss erledigen und wenn wir den besiegt haben, kriegen wir richtig schöne, im Normalfall richtig schöne, gute Gegenstände. Im Laufe des Raids schon. Ja, aber am meisten kriegst du am Ende. Dafür müssen wir das da anklicken, diese Mine auf der Tyrannin. Oder wie das? Tyrannen. Da müssen wir anklicken und dann müssen wir die Mission auch begehen. Mine der Tyrannin. Ja, wenn du auf der Karte drückst. Übersicht ist da ja noch. Und dann ist hier da noch Akkademie. Mine, ja ja, Mine der Tyrannin. Genau. So, und dann musst, wir haben alle beide auf Schwierigkeit normal, haben wir beide. Weiß ich, ob du auch auf Schwierigkeit normal hast? Normal, ja. Ja, dann kannst du einfach die Expedition beginnen. Entweder mit F oder mit Expedition Beginn unten. Gut, dann gehen wir mal rein. Ah, geil. So, und jetzt lädt's und dann wird es sich wahrscheinlich wieder weghängen. Ja, das macht aber nichts. Ein Wait kann auch nur, oder ein Stronghold kann nur mit vier Spielern gemacht werden. Das heißt, wir kriegen gleich noch einen dazu. Genau. Kriegen wir so oder so immer einen dazu. Ja. Du wirst da nie alleine durchrennen können. Schade. Nee, bei dem Wait nicht. Also zumindest nicht hier jetzt. Ja. Jetzt wird die normalen bisschen kannst du alleine machen, aber ich glaube, den Wait kannst du nie alleine machen. Also bei mir ging's. Du bist alleine. Du kannst durchgeladen. Er steht drinnen. Er ist noch alleine. Bei mir lädt's noch. Bei mir auch. Dann gehe ich mal auf euch warten. Ja, bitte. Ah, noch. Willst du die zehn Arbeiten? Mal sehen. Also die letzten zehn Prozent noch größer. So ein bisschen tickelt das noch. Ja. Bei den letzten zehn Prozent. Ich glaube, bei mir hat's jetzt auch weggehangen wieder. Ja. Die letzten zehn Prozent. Ich starte hier einfach mal auf euch. Das ist lieb. Dass man das nie alleine spielen kann. Ja, warum muss mindestens drei Personen sein? Das kann auch sein. Ich start's gerade wieder. Bei mir stand gerade was von bei... Bei mir schwenkt die Kamera gerade um meinen Kolossus herum. Cool. Ganz langsam, wie ich da so stehe. Expedition anschließen, ja. Erlädt. Lade, 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 lade. Ja, am Anfang der Demo, Freitag, hättest du einen neuen Simulator mitnehmen und dir kaufen können. Aber am Anfang war das nämlich nur der Startbildschiff-Simulator. Die Startbildschiff-Simulator oder was auch da eine Rolle stehen. Lade-Simulator. Genau, Lade-Simulator. Ah. Entweder hat er geladen. Oder hat die Server seine abgeschmiert. Und er musste warten. Also ich glaube, er spawnt da vorne, wo der andere auch gespawnt ist. Ja, aber das ist auch so ein Ding, ne. Das hatten wir ja damals auch schon bei, bei, bei... Ja, genau. Ding und... Die wissen doch, dass so und so viel haben vorbestellt. Da muss man doch davon ausgehen, dass mindestens auch so viel das spielen wollen. Ja, da sollte man von ausgehen. Ja. Das ist schlecht, richtig? Offensichtlich. Freelancer, du musst das Relikt eindämmen. Das hier fliegen, ja. Na ja, das ist der Kollauf. Oh, schnieke. Hiiii, ich bin der Giel und Wendig. Ich nicht. Ganz schnell. Komm weg, Gegner. Au, au. Ja, der ist nicht so weit vor, Stevie. Das wir hier hinten alle töten, ne? Übrigens, wir sind zu viert, gell? Ja. Ja, wo ist er? Woohoo! Oh, das hat er Glück aus. Ja. Da haben wir noch mehr. Da haben wir noch mehr. Das ist doch Das ist doch nicht Und die Granaten hauen voll rein. Ja, meiner auch. Also, das, was ich habe. Die seht ja auch nicht bei mir so gut rein. Die ist schlecht. So, wir haben hier jetzt Kugeln. Entschärfen wir ein paar Mienen. Und müssen in das komische Ding hier rein. Echos nehmen die sich, mein Schatz. Äh, genau. Die Echos. Entschärfen wir ein paar Mienen. Ei. Wo müssen die rein? Komm her. Wirklich gar nicht. Die anderen rennen da alle vor. Wir beide sind hier oben schon mal hängen dran. Ist die Kugeln dabei? Ja, eine. Ja, komm her. Hier unten muss das hin. Genau. Da oben sind auch noch mal Kugeln. Da geht halt an. Da kommt diese Wand her. Und die zwei die Haare rein. Energiewerte sinken. Die erste Hälfte ist erledigt. Die erste Hälfte ist er Ой. alle nicht fliegen war das so bedeutet mal das, ne? hm? war das aber nicht ja komm mal rein da verüberhetzt, maaaann von da oben weg hier, weg hier, weg hier, weg ich kann mich schnell genug weg da kann mich da einer bitte aufheben wenn ich gleich zu deck komme, kann ich das machen Steven, hast du grad die Gelegenheit, dass wir hier ja, ich bin da also ich hab zwar beschossen, ne? weg und weg ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da bin da nicht von 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 Okay, I'm up in my face. Okay. Okay, dann gehen. Den hat's tausend. Hm? So. Fiehn in Erschärfung. Ah, 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 ah. Ackling hat zwei Kugeln hinter sich. Na. Ich hab ein bisschen. Ich würde ihm ja gerne sagen, was er zu tun hat, aber er rennt gerade wieder vor. Erst wenn er zu weit vor rennt, wollen die, glaub ich, wieder hier. Hm, müssen wir mal kurz warten, er hat keine Ahnung, wie's funktioniert. Ah, es ist ja wieder da. Ja. Wir müssen eben darauf warten, dass bei den ersten Relict alle Echoes da abgeliefert wurden. Ja, eins hab ich. Noch eins. Ich weiß nicht, wer das hat, ich trag auf jeden Fall keins hinter mir. Ja, der Typ hat zwei Stück. Der random da. Ja. Kann ich, wenn Julia eins hat, muss er einen anderes haben. Nee. Die ist vorhin, wahrscheinlich nach einer Zeit. Krieg noch einer mal weg. Ja. Ja. Ich will einer schon mal hin. Ja. Ich muss hier drei Spuren heran. Ja. 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 Das ist schon mal einer sein, aber den hat er wahrscheinlich. Den hat er, ja. Ja. Ich sag ihm doch mal einer, dass er das Ding da hinbringen soll. Ja, da kommt Braut. Jetzt hat er's gemacht. Supi. Yay. Eingedent. Gute Arbeit Freelancer. Ich schainde, als hätten die Ska Eier zum Relikt gebracht. Die Eier waren mit Säure gefüllt. Vielleicht haben sie sie mit dem Relikt zu Waffen verarbeitet. Sehen wir uns das zweite Relikt an, um deine Theorie zu überprüfen. Du bist fast ein Relikt. Bei diesem ist weitaus mehr los. Sieh mal, überall Eier. Deine Theorie hat Hand und Fuß. Ich klopfe mir nachher selbst auf die Schulter, aber erst kümmere ich mich um die Scar. Ja, das wird gleich noch anstrengend. Oh, vielleicht sind wir auf den Fett. Das war's. Oh, ich muss er weg. Oh, ich muss er weg. Yep, ich muss er weg. Oh, nice. Oh, ich muss er weg. 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 Okay. Äh, wo war denn das Ding jetzt? Hier in der Mitte. Ich muss er halt nach dem großen, schwarzen ausschauen. Oh, ich muss er weg. Oh, ich muss er weg. Yo, 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 yo. Du musst ein Echo hingebracht werden. Ich hab's. Dann gibt's dann mal die nächste Verquellen, dann kommen dann wieder mehr Gegnern, weißt du ja. Ja. Also, Deaton, versteh'n. Hast du alleine keine Chance. Da, wo du gerade stehst, Deaton, da kommen die genau hinter dir an. Und da, wo du gerade hinläufst, da sind die auch immer. So, ich komm mal mit hier hoch. Au. Ich mach mich nicht, um, blöde. 6. 7. 8. 11. 14. 16. 17. 15. 15. 16. Ich habe ein bisschen bei Stevie, schütze ich ein bisschen. Ich habe ein bisschen vorgelegt. Irgendjemand braucht da Hilfe. Hier nicht, da hinten auf der anderen Seite, ich hab auch... Ich bin Hilfe. Oh, ein bisschen Leben. Oh! Oh, steckst du. Ah, shit. Ich wollte mir den Sniper da krallen. Ja, das glaub ich, wenn ich nicht aufpasse. Okay, äh, ich hab's. Komm und rette mich. Nein! Scheiße. Mit meinem kleinen Strich hab ich das doch nicht mehr geschafft. Ich muss hier hoch. Weg. Einfach. Weg. Warte. Einfach. Weg. Macht denn der? Wieso heilen denn der nicht? Kann der nicht heilen? Ja, manche Leute sind zu blöd dazu. Äh, alle können heilen. Einige Leute sind aber so. Komm schon, komm schon. Was da Leben war. Was war die falsche Taste? Nee, ist alles richtig. Passt. Ich hab vorher, äh, in Sturic geworfen. Er hat mich wiederbelebt, mein Scherz. Er... ... ... Das ist aber nicht schuld. Wer weiß. Alter. Oh man, okay, okay, oh, thank you. Oh man, okay, oh man, okay, oh man. Ah, ich kann mich so schnauern, ich kann mich so schnauern Ich kann mich so schnauern Die sind schon schau stark Jetzt aber nicht mehr Na ja, schwatt mal hier am Wasser Ich verbransch Aua Mein Positionswechsel T3 Devastator Wunderbar der Fallschirm Hallo, schlieg ihr hier? Jaaa, wir fahren Jaaa, wir fahren Oh yeah Das ist super, ich habe Ich verbrück mich da nochmal Bis zum nächsten Mal Ich kann mich mal Nein, hab ich nicht geschafft. Hättest du viel mehr hier rumgehabt? Ähm. Aber ich würde mir ja nie gucken, bitte. So, mit drin? Ja, natürlich mit drin. Nein. Ah, nee. Jetzt haben sie mich auch noch weggeholt. Oh. Ich bin nicht wendig genug. Ich war einfach nicht wendig genug. Das war dann mein Problem gerade. Wer hätte ich das hingekriegt? Jetzt geh weg da. Ja, wir verpissen uns doch schon. Einer von euch muss entweder mich oder den anderen nehmen, wiedergelebt. Das ist gar nicht so einfach, wie du sagst. Ich weiß. Aber der andere, der stirbt nur. Ich hab gerade, das sieht nicht gut ausgehalten. Das ist eine gute Idee. Weg, hau ab, hau ab. Weg, hau ab. Und, weiter. Uuuhu. Zack, 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 zack. Weck, weg. Da unten. Runter da. Zack, zack, zack. so, hier ist auch noch einer da war auch noch einer kann man das jetzt aufgeräumt eine ulti da hast du deine ulti eingesetzt ja schweig 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 ich ziehe meine ulti jetzt gleich raus also Leute ich liege hier ich liege hier und wieder der Sniper noch natürlich sind die noch da ja 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 wie geht er denn jetzt da kann ich die fliegen ja ja mehr als dreieckes ne 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 na ne 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 man ne 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 ne